Ich kann nicht mehr. Was ist hier los? Ich kann nicht mehr. Wo kommt der denn her? Das gibt's nicht! Was ist das bitte für ne Doku? Was ist das, Mann? Wo kommt der Typ her? Ist doch wunderbar. Ja, alles. Achtung, Matthias, du bist gespellt. Er ist in der Falle, er ist in der Falle. Hau drauf, einmal drauf. Ja! Ja! Tötet ihn! Ja! Du hast Orangen in den Augen. Wow, okay, Mann, ich hab mich auch verliebt in den. Ich weiß, sie leuchten mir allein, mir sagt das Lächeln deiner Kinder. Aber es müssen Blut-Orangen sein. Uh, 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 uh. Blut-Orangen. Da fehlen noch 40. Halt die Fresse, Mann! Warte mal, meine Haare wachsen in die Richtung, also müssen die ziehen, ne? Ich hab hier einfach ne Kante drinne! Nein, ich will nicht geboardet werden, ich hab nur ne Pistel, Mann! Okay, das war's. Okay. Gut, Zero-To-Hero abgeschlossen, Chat. Das war DLS, der Streamer! Ähm, hat keiner gesehen. Wurde ich grad gebreached? Das ist DLS. War das wieder DLS? Das kannst du dir nicht ausdenken, oder wat? So, was hab ich hier gebaut? What the fuck? Okay, das hat überhaupt nicht wehgetan, also ich hab null Damage bekommen. Mhm, das ist gut. Wo schießt er bei ihm hin, ist die Frage. Oh, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht! Ja, ja, kein Ding, ich hab hier super krass Defense. Das ist ein Minecraft-Controller. Den haben wir schon sehr lange. Den hat ursprünglich mal Matteo geschenkt bekommen, aber ich hab den einfach direkt geklaut und gesagt, das ist meiner. Hab ich den einfach weggenommen. Ich hab Jesus Christus auf meiner Seite. Ich bin hier so hochgestiefelt. Hab mich hier so einmal rumgerollt. Hier, Rolle, 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 Rolle. Hab gegen ihn gekämpft. Kapau, kapau, kapau. Und in dem, gleichzeitig, kam von hinten, hielt sich die humanity an. Zack, 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 zack. Und hat mich hier so ausgesaugt, so. Und ja, so bin ich gestorben. Könnt ihr gerne auf Patreon kaufen, das Bild. Weiter geht's. Ich hab mir in den Chat geguckt. Hallo Franzi. Ähm, pass auf. Wir hatten ja jetzt für diese Woche ausgemacht, dass wir am Donnerstag PUBG spielen, ne? Und ich hab jetzt ein paar Clips von dir gesehen, wie du PUBG spielst. Und, ähm, mein Zahnarzt hat angerufen und hat gemeint, hinten meinen Backenzahn, da bräuchten wir ne Krone. Deswegen hab ich jetzt am Donnerstag um 23 Uhr einen Zahnarzttermin und kann deswegen nicht bei PUBG mitmachen. Die Kanone kommt rein. Scheiße. Ach, deswegen darf man das nicht machen, weil die nächste Kanone dann keinen Space hat, oder was? Ich bau dir jetzt so ein kleines Podest. Ey, ich bin aber wirklich Bob der Baumeister, oder? Ich bin Bob der Baumeister. So, dann. Er ist... Wunderschön. Du bist... Eine wunderschöne Kreatur. Ich muss jetzt deine Flügel stutzen. Ich habe gesagt, was auch immer hier drin ist, schaffe ich den Boss. Ich bin jetzt absoluter Casual Gamer.